Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie soll die Europäische Union künftig aussehen? Das ist die zentrale Frage der Konferenz zur Zukunft Europas, die eine Einladung an alle ist, sich bei dieser Frage aktiv einzubringen. Die Konferenz ist ein noch nie dagewesenes Projekt europäischer Bürgerbeteiligung. In Debatten und Diskussionen sollen Politikerinnen und Politiker der Europäischen Union und aller Mitgliedstaaten, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die Gelegenheit erhalten, die Europäische Union mit neuem Leben zu füllen. Und welcher Ort wäre für diese Diskussion besser geeignet als der Hessische Landtag, die Herzkammer der Demokratie? Denn viele, wenn nicht alle Themen, die in der Konferenz diskutiert werden, sind auch für uns in Hessen relevant, sei es Bildung, Kultur, Jugend und Sport oder auch das große Thema Gesundheit. Die Konferenz wird wegen der Pandemie überwiegend online stattfinden. Ich möchte Sie daher einladen, mit den im Hessischen Landtag vertretenen Fraktionen interaktiv ins Gespräch zu kommen. Jede Fraktion wird einen Themenbereich eröffnen, zu dem Sie uns Ihre Ideen und Vorstellungen übermitteln können. Ihre gesammelten Ideen werden wir auswerten und als Konferenzbeitrag einreichen. Das Motto der Konferenz lautet, die Zukunft liegt in Ihren Händen. In diesem Sinne danke ich jedem Einzelnen von Ihnen für Ihren Beitrag zur Zukunft Europas.